So, hier, das ist jetzt das Spezialitätenrestaurant, das italienische, wo man einmal pro Aufenthalt sich einen Tisch reservieren kann, kostenlos. Ja, und hier habt ihr wirklich, also wenn ihr hier abends draußen sitzen tut, habt ihr einen traumhaft tollen Blick hier auf die Bucht und auf den Strandabschnitt von Magic Life Calabi. Und also wirklich, man sitzt hier ganz, ganz toll beim Gläschen Rotwein abends und kann sich's gut gehen lassen.